Mit dem Thema des Tages geht es jetzt hier unterhaltsam weiter bei uns. Und da haben wir wieder spannende Produkte für Sie vorbereitet. Und die helfen Ihnen gegen die Hitze. Denn der Rekordsommer hat ja schon angefangen. Wir haben die ersten warmen Tage erlebt, aber es soll richtig heiß weitergehen. Und da haben wir wirklich schöne Produkte heute, richtig? Richtig. Heute haben wir nämlich diesen wunderbaren USB-Ventilator. Und den liebe ich wirklich, weil der ist ganz einfach anzuschließen. Es geht so leicht. Und wir sehen auch hier schon, wie kleinhandlich der ist. Und ganz toll ist, der hat drei kleine wunderbare Füße erstmal. Das finde ich ganz wichtig. Sie müssen keine Angst haben, dass der sich ja hier irgendwie verrutscht oder sonst was. Wir sehen das hier. Eins, zwei, drei kleine Noppenfüße. Finde ich ganz wichtig. Und du weißt ja auch ganz toll, wie oft man ja einen Ventilator zum Beispiel auf der Arbeit hätte gerne. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, du sitzt in so einem stickigen Büro. Es ist heiß. Und da kannst du dann natürlich auch nicht so das Fenster aufmachen. Dann ist es vielleicht ein Großraumbüro. Da sind viele Leute drin. Das ist dann so richtig, richtig stickig. Und da brauchst du irgendwie eine kleine Abkühlung. Oder auch natürlich bei Ihnen zu Hause, wenn Sie irgendwie vielleicht am Laptop was arbeiten möchten, am Rechner. Dann ist es natürlich schön, wenn man eine kleine Abkühlung hat. Und da haben wir diesen wunderbaren USB-Tischventilator für Büro und unterwegs für ganz, ganz kleines Geld. 6,56 Euro. Und das finde ich so toll. Für ganz kleines Geld. Und damit kannst du ja auch vielen Menschen eine Freude machen als Geschenk, oder? Richtig eine große Freude machen. Und du kannst gleich zwei, drei mitbestellen und das verschenken. Zum Beispiel, du weißt doch, wie Sparsen oftmals Chefs sind. Sich selber gönnen sich die größten und tollsten Sachen. Und die kleinen Arbeiter, die müssen richtig schwitzen. Zum Beispiel in der Bank. Die haben noch nicht mal eine Klimaanlage. Und wenn du dann deinen Kollegen noch sagst, hier, guck mal, Frank oder Manfred, ich habe dir noch was mitgebracht. Dann bist du direkt die beste Kollegin des Jahres. Und vor allem für 6,56 Euro. Und dann ganz bequem am Laptop oder Computer per USB-Anschluss anschließen. Ist etwas total Simples hier. Und das kannst du nun wirklich überall bei jedem Laptop an jeden Computer ganz einfach anschließen. Also das ist eine ganz simple Sache. Jeder hat einen USB-Anschluss an seinen Arbeitsplatz oder halt an seinen Laptop. Ja, und wenn du so ein tolles Netzteil hast, die gibt es ja auch überall, hat man ja auch bei Handys immer, dann kannst du es natürlich auch an die normale Steckdose anschließen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Weil diese Steckverbindungen, die haben die meisten ja für ihre Smartphones, wenn sie die laden. Da sind auch diese USB-Stecker dran. Dann geht es auch einfach an die Steckdose. Ja, in der Küche zum Beispiel. Ganz schnell, wenn du so viel Kartoffeln schälst oder zum Beispiel viel Essen machst, da kannst du sie super praktisch mal eben hinstellen. Und wir haben hier vor allen Dingen eine super Einstellung hinten noch. Wir haben zwei Geschwindigkeiten. Also ich schmeiß mal einfach die erste Stufe an. Du hast ja auch nur deinen. Ja, ich habe meinen hier schon auf Stufe 2. Der läuft hier schon, der rotiert schon. Ich sehe gar nicht so schnell, dass ich sehe gar nicht, dass der an ist. So schnell ist das Motorenbettchen hier. Also das ist ja schon mal wirklich ein Turbo-Hubschrauber, sage ich mal. Also ich habe das gar nicht gesehen, dass er schon an ist. So gigantisch. Und vor allen Dingen kommt richtig viel Luft raus. Also ich finde, er ist richtig effektiv. Und vor allen Dingen kannst du dich selber aussuchen. Möchtest du Stufe 1 leicht abheben oder Stufe 2 richtig abheben, dass die Kartoffelchips da schon fliegen. 6,56 Euro hier die Bestellnummer PX2523 und die 5,6 Euro für kleines Geld, richtige Erfrischung haben. Denken Sie da auch an Bekannte, an Freunde. Vielleicht sind Sie häufiger in der Arztpraxis und wollen den Mädels, die da am Empfangsitz mal was Gutes tun. Dann bestellen Sie für die so einen kleinen Ventilator mit. Die freuen sich richtig. Oft bringt man ja Kekse mit oder Schokolade. Dann für die Ärzte oder die Arzthelferinnen auch. Aber hier, das ist doch mal was Goldiges. Wenn Sie denen sowas mitbringen, das können die an ihrem Laptop da anschließen. Ja, da freuen die sich richtig drüber. Bringst ein Eis mit und ein Ventilator ist die optimale Lösung. So, kriegst du auch schneller deinen Termin beim nächsten Mal. Genau. Jetzt haben wir aber die High-End-Ventilatorlösung. Und die Kathi weiß, ich stehe auf diesem Ventilator. Und das nicht aus einem Grund, sondern aus gleich vier Gründen, liebe Kathi. Wir haben ja hier ein ganz tolles Gerät. Ja, vier in eins. Das glaubt man gar nicht, wenn man ihn hier so stehen sieht. Und er ist auch unglaublich beliebt. Deshalb direkt ran ans Telefon, wenn Sie den haben möchten und bestellen. Weil der ist super schnell ausverkauft. Den hatten wir schon, der war direkt weg. Jetzt haben wir noch ein paar Stückzahlen. Deshalb auch hier ganz schnell bestellen, wenn Sie ihn haben möchten. Und wir schauen ihn uns direkt einmal an, um die Funktionen einmal hier zu sehen. Einmal natürlich sieht man direkt auf den ersten Blick einen riesen Ventilator hier oben. Und das ist auch wirklich schick gestaltet. Das sieht man ganz toll hier. Schön mit diesem schwarzen Gitter verziert. Die Rotorblätter sind durchsichtig hier. Schau mal. Gigantisch. Ich liebe das, dass man da durchsehen kann. Das ist mal eine ganz tolle Sache. Habe ich auch noch nie gesehen. Du kennst ja diese hässlichen Plastikdinger. Also das sieht ja gar nicht hübsch aus. Aber das sieht ja richtig edel aus. Total edel. Und ich mache ihn jetzt hier direkt mal an. So, dann läuft er auch mal los. Und das habe ich jetzt mit der Fernbedienung gemacht. Die ist im Lieferumfang nämlich mit dabei. Auch ganz süß gestaltet hier. So diese rundliche Form, die liegt unheimlich gut in der Hand. Und dann kann man da die unterschiedlichen Taschen wählen. Ganz toll gemacht. Hat natürlich hinten auch so einen kleinen Clips. Können Sie irgendwo anhängen zum Beispiel. Haben Sie sie immer griffbereit. Und da kann ich natürlich hier auch erstmal, ich mache hier mal die Swing-Funktion an. Das ist nämlich auch was Schönes. So, schau mal. Und zack, der Knopfdruck fängt der an. Jetzt fängt der nämlich sich an zu drehen. Und verteilt das natürlich schön im Raum. Das ist natürlich ganz angenehm, wenn dann die Luft im Raum sozusagen hin und her getragen wird. Hin und her, der über dich her schwebt. Das ist doch toll. Das fühlt sich sehr viel frischer schon an. Wenn die Luft so steht, dann ist es natürlich immer so drückend. Hier natürlich dann mit dieser Schwing-Funktion ganz, ganz frisch. Aber wir haben noch viel, viel mehr verbaut. Darf ich noch mal kurz reinfragen? Nili, wie viele Geschwindigkeiten haben wir denn? Wir haben hier drei unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, die man einstellen kann. Ah, okay. Und noch tolle Wind-Modi. Noch mehr? Ja, man kann auch auf normale Ventilations-Funktion einschalten. Man kann aber zum Beispiel auch eine Naturf-Funktion einschalten. Das ist auch ganz spannend. Da wird er immer ein bisschen langsamer. Und dann kommt wieder so eine Böe. Wie der Wind, richtig toll. Und dann kommt wieder so eine Böe. Das ist wirklich so natürlich nachgeahmt. Also wirklich so Windböen. Ganz toll. Und eine Schlaffunktion haben wir auch noch als zusätzlichen Modus. Das ist mal toll, der ist doch sowieso schon so leise. Ja, der ist ganz leise. Wollen wir mal leiser? Man hört fast gar nichts. Also ich glaube nicht. Also was soll denn dann noch leiser sein bei der Schlaffunktion? Ja, Schlaffunktion wird dann noch mal leiser. Und ich gehe hier direkt mal auf die Knie. Ja, gerade geht auf die Knie. Damit wir uns das hier unten auch noch mal alles im Detail anschauen können. Weil das ist ganz spannend. Hier sehen wir das tolle Display. Schau mal. Ganz toll gestaltet. Hier finde ich das. Ein wunderbares, übersichtliches Display, muss ich ja mal sagen. Ja, ich finde das sieht aus wie so ein Sternenhimmel so ein bisschen mit diesen ganzen tollen Lichtern. Und hier sieht man direkt die Geschwindigkeit, die ich einstellen kann. Da die unterschiedlichen Modi. Also hier zum Beispiel auch diese Naturfunktion oder dann halt normal die Schlaffunktion. Hier an und aus. Hier diese Swingfunktion, also diese Schwingung, die ich jetzt eingestellt habe vom Ventilator. Hier sehen wir eine Timerfunktion. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und von 30 Minuten bis 7,5 Stunden kann ich den einstellen in der Timerfunktion. Das ist ja schon eine Menge Zeit. Also du kannst ja wirklich das programmieren. Das ist ja schon 7,5 Stunden. Das ist schon eine Zeitansage gerade. Und hier haben wir eine weitere Funktion, Humidity. Und das kann ich mal zuschalten, weil das ist was ganz Tolles. Pass mal auf, was jetzt oben passiert. Oh. Das ist ja ein kleiner Sprühnebel. Und das hier direkt eingebaut. Und wenn ich die Hand davor tue, das fühlt sich wirklich wie so ein frischer, kühler. Windbrise hier vom Meer an, weißt du? Das ist so ein ganz, ganz feiner, wie so ein Rauchfass ist das, muss man sagen. Also so ein ganz feiner Dampf, der da rauskommt. Und der ist von Wasser, also durch Wasser erzeugt. Unten in dem Gerät ist ein Wassertank verbaut. Und das wird hochgeleitet und wird hier so fein verteilt. Und das bewirkt natürlich, dass sich hier der Wind vom Ventilator, dass der noch viel, viel kälter wirkt. Das fühlt sich viel, viel kälter an. Ja, fühlt sich richtig kühl an. Also man merkt direkt hier vor, man denkt, ach, das ist mindestens 10, 15 Grad kälter noch. Also wirklich richtig kalt hier vorne. Eine richtig tolle Sache. Und hält natürlich die Luftfeuchtigkeit im angemessenen Maß. Und da macht die Hände nichts nass. Also das ist eine ganz tolle Erfindung. Es macht sie nicht nass, sondern er frischt sie angenehm. Und das mit einer Meeresbrise, wie ich das so schön bezeichne. Wo kommt hier jetzt das Wasser her, Kathi? Da unten ist der Wassertank. Das hast du schon mal aufgemacht. Zack wie die Weiß. Wo kommt das hier? Da ist der Wassertank. Den kann ich rausnehmen, kann den dann auffüllen hier. Setz den dann wieder ein. Und hier vorne kann ich auch schön sehen mit dem Display, ob ich Wasser nachfüllen muss. Also das alleine auch schon mal sehr schön. Zusätzlich ist in dem Gerät noch etwas verbaut, was vielleicht ganz interessant ist. Für viele, die auch allergisch sind. Hier ist nämlich zusätzlich ein Luftreiniger eingebaut. Also ein Ionisator. Und der bindet zum Beispiel Staub und Gerüche und sowas alles. Also das ist auch noch mit verbaut. Und vielleicht ist dir auch die unterste Taste hier aufgefallen. Genau, da steht ein Moskito drauf. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wenn ich da drauf drücke, dann werden hier die Mücken auch noch zusätzlich bekämpft. Und zwar hier unten sieht man das. Da ist so ein Plättchen drin. Die kriegst du in jedem Drogeriemarkt. Das sind so Anti-Mücken-Plättchen. Schiebst sie hier unten einfach ein und dann wird der Geruch hier schön verteilt. Und vertreibt die Moskitos. Also im Großen und Ganzen, wie der Name schon sagt, ein High-End-Ventilator. Ein Ventilator mit Sprühnebel, Anti-Mücken-Funktion, Reinigung der Luft und natürlich noch diesen wunderbaren Sprühnebel. Alles, was Sie sich wünschen, alles hier in einem Produkt. Und jetzt heißt es für Sie, meine lieben Zuschauer, anrufen. 123,41 Euro. Die Bestellung ist die MC345569. Und bitte jetzt auch anrufen und sich das Produkt sichern. Denn es sind die letzten Stückzahlen, denn wir haben jährige Männer in Bestellung. Jetzt heißt es natürlich für Sie, anrufen und sich auch seinen persönlichen High-End-Ventilator sichern. Die heißen Tage kommen zurück und wir haben es heute schon hier in der Nähe von Freiburg richtig heiß gehabt. Und damit geht es auch weiter. Lüftung und zwar per Knopfdruck sich richtig runterkühlen lassen. Und das ist zum Beispiel optimal für unterwegs oder zum Beispiel im Büro. Unsere Mini-Luftkühler hier mit dem Prinzip der Wasserkühlung. Hier steht er schon vor uns, ganz klein und kompakt, wie du gesagt hast. Ideal halt auch, um ihn wirklich mitzunehmen. Und das aus einem ganz speziellen Grund, denn Ihnen fällt vielleicht direkt hier auf, schau mal, kein Kabel drumherum. Das heißt, diese Geräte laufen per Akku und das dann auch richtig, richtig lange. Wie lange hält das ungefähr, wenn ich das einmal aufgeladen habe, quasi die Energie? Dann kannst du ihn vier Stunden laufen lassen. Vier Stunden mit einer Akkuladung. Kannst du ihn natürlich auch an die Steckdose anschließen, dann läuft er die ganze Zeit. Überhaupt kein Problem. Aber hier, wenn du ihn mit Akku betreiben willst, vier Stunden effektive Power. Und das geht auch ganz einfach. Hier oben einfach einschalten. Es gibt zwei unterschiedliche Modi, die du einstellen kannst. Einmal den schwächeren und den höheren. Und dann bläst hier vorne ein Ventilator direkt die Luft raus. Wow, das geht ja schon richtig los hier. Das ist schon mal toll. Wenn du jetzt aber auch noch Kühlung extra willst, dann drückst du hier die kleine Tasse mit dem kleinen Frostsymbol. Ah, okay. Einmal draufdrücken und dann merkst du, da vorne kommt Luft raus, die ist gleich sehr viel kälter, oder? Wahnsinn, Kathi, das ist wie viel, von wie viel Grad kälter sprechen wir? Das fühlt sich wirklich wie eine Brise an. Das sind circa nochmal vier, fünf Grad unter der Raumtemperatur, die das runtergekühlt wird. Doch schon so viel. Das fühlt sich natürlich durch den Ventilator nochmal kälter an, finde ich. Also ich finde, vom Gefühl her, es ist mindestens zehn Grad kälter als die Umgebungstemperatur. Das kommt halt doch zusätzlich durch den Ventilator. Wirklich gigantisch. Und das passiert durch dieses tolle Prinzip dieser Verdunstungskühlung. Weil dir ist vielleicht aufgefallen, hier unten ist ein Wassertank dran. Ja, ich wollte gerade fragen, was das hier für ein Tank ist. Da kommt einfach normales Leitungswasser rein. Je kälter, desto besser, denn je kälter das Wasser ist, desto kälter ist auch die Luft, die oben rauskommt. Ah, okay. Das klingt doch mal schon plausibel. Aber wie funktioniert das Ganze, das jetzt da? Das ist ein physikalisches Prinzip, und zwar der Verdunstungskälte. Das kennen Sie alle zu Hause. Denn wenn Sie zum Beispiel schwitzen, dann wird Ihr Arm so ein bisschen feucht, zum Beispiel, wenn Sie am Arm schwitzen. Und wenn dann so ein Luftzug drüber weht, kennst du das? Ja. Dann fühlt es sich direkt kühl an. Und das ist das Prinzip quasi. Also ganz natürlich hier. Und das Tolle ist halt, das wird sich hier zunutze gemacht. Also die Luft, die warme Luft, wird über diesem Wasser verdunstet und kommt hinten gekühlt wieder raus. Das ist doch mal ganz simpel erklärt und vor allen Dingen ganz natürlich, wie du sagst. Keine Chemie, keine Chemie, sondern reines Wasser. Also ganz, ganz toll. Also das heißt schon mal für Sie, keine Angst haben. Hier haben Sie wirklich etwas, was nach einem normalen physikalischen Gesetz passiert. Für Sie jetzt schon mal anrufen und bestellen. Die Telefonnummer, die steht unten eingeblendet. Aber Kathi, ich kann das Ganze auch nur als Ventilator benutzen. Wenn du möchtest, klar, dann machst du das kleine Frost-Symbol wieder aus. Dann ist es nur Ventilator. Also wie du magst, hier oben wird das Wasser eingefüllt über diese Klappe. Ganz einfach, wieder zumachen, zack und schon geht's los. So, los geht's und für Sie jetzt auch anrufen und sich das Ganze bestellen. Sehr angenehm, auch unter dem Tisch, auf dem Balkon, wenn die Hitzewelle ist. Sie haben dann wirklich alle Momente die kühle Brise. NC 57 51 569. Für 37,91 Euro haben Sie das Sichtner Markenprodukt, unser Mini-Luftkühler bei sich zu Hause. Und das ist schon mal ein richtiges Schmuckstück. Schnell anrufen und bestellen. Jetzt haben wir unseren kleinen Mini-Luftkühler gehabt. Der ist ja schon gigantisch in der Leistung und wirklich flexible Einsatz beim Campingwagen, im Auto, auf dem Balkon, zu Hause, in der Küche und so weiter. Das ist jetzt der ganz große XXL-Bruder vom kleinen Luftkühler. Und der hat viele Funktionen mehr und vor allen Dingen ist er flexibel einsetzbar. Aber dazu erzählt Ihnen Kati mehr. Aber flexibel einsetzbar, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Da fangen wir direkt einmal an, denn der steht unten auf wunderschönen Rollen. Das bedeutet, du kannst ihn hin und her rollen, so wie du möchtest. Also mitnehmen ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, in die Küche. Und der ist unglaublich effektiv. Also das merkt man direkt, wenn man den anschaltet. Der hat drei Geschwindigkeitsstufen, die ich anwählen kann für den Ventilator alleine. Und dieser Ventilator ist alleine so kraftvoll, da war ich total begeistert schon. Weil da merkst du richtig, wie die Luft im Raum verwirbelt wird und wie es auch kühl wird. Allein durch den Ventilator schon eine tolle Sache. Aber zusätzlich auch hier natürlich dieses Prinzip der Wasserkühlung wieder. Also das gleiche Prinzip, was wir gerade hatten, sodass wir wieder von 4 bis 5 Grad Kühler sprechen, was unser Luftkühler schafft. Also das gleiche Prinzip wie der Kleiner. Das ist halt der große Brüder, das gleiche Prinzip. Da reden wir wirklich von großen Tatsachen. Aber der ist halt schon richtig ausgewachsen und hat ja noch viel mehr Funktion. Hier sehen wir gerade unten den tollen Wassertank. Auch hier wird Wasser reingefüllt. Wie viele Liter? 20 Liter gehen da rein. Boah, das ist meine Menge. An der Seite, wo du sitzt, da ist die Klappe, um das Wasser einzufüllen. Da kommt einfach das Wasser rein. Das müssen wir ab und zu nachfüllen. Der warnt auch. Also wenn der leer sein sollte, gibt er einen Laut von sich, macht Piep, Piep und dann weißt du, du musst ihn wieder auffüllen. Da genau, da geht das Wasser rein. Und dann kannst du ihn hier oben schön einstellen und zwar anmachen. Und dann haben wir ja gerade schon gesagt, drei Ventilationsstufen, die ich einstellen kann hier oben. Da legt sich richtig raus, da fliegen die Blätter von den Bäumen hier. Der Hochsommer wird losgeschossen hier aus unserem Luftkühler. Hier geht es richtig los. Aber kann ich das auch wie so ein Ventilator benutzen, dass dir so die Luft verteilt? Ja, eine Oszillationsfunktion, also eine Funktion, wo die Luft bewegt wird, haben wir auch. Die kann ich hier auch noch zuschalten, das ist diese Taste. Und dann auch hier natürlich, wie gesagt, Wasserkühlungsprinzip. Da kann ich das zuschalten, hier wieder über diese tolle Sternchenfunktion. Einmal drauf und schon wird die Wasserkühlung zugeschaltet. Auch hier das physikalische Prinzip der Verdunstungskälte. Und wenn du jetzt mal vorne vorfasst, fass jetzt mal an. Mega. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich unglaublich. Ich habe wirklich immer das Gefühl, ich sitze auf der Terrasse und kriege hier die frische Meeresbrise ab. Kennst du das, wenn so der Wind übers Meer, so an der Ostsee oder Nordsee, wenn das so zack darüber weht, so fühlt sich das an? Ja, aber genauso, weil da wird auch, der Wind geht übers Wasser und sammelt ja ein bisschen von der Feuchtigkeit auch ein. Und kommt dann ganz frisch bei dir an. Und das ist ja hier auch, das ist diese natürliche Kühle, die du hier genießen kannst. Das ist ganz, ganz toll. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Auch hier alles ganz toll, komfortabel über die Fernbedienung zu steuern. Auch das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man das auch bequem vom Sofa oder vom Bett aus machen kann. Gerade wenn man hier den tollen Luftkühler irgendwo hin mitnimmt. Und Sie sehen auch hier dieselben Symbole wie auf dem Display. Also da gibt es kein Vertun. Und hier sehen wir dieses Symbol mit dem kleinen Bäumchen hier drauf, da auch auf der Anzeige. Ja, was ist das genau? Das ist ein Luftreiniger, ein Ionisator. Sprich? Den kann ich zuschalten und dann wird die Luft auch noch gereinigt. Den kannst du auch flexibel dazu an- und ausschalten. Genau, kannst du da zuschalten, gerade wenn du merkst, in meiner Luft ist zum Beispiel viel Staub. Oder du merkst, oh, ich habe unangenehme Gerüche zum Beispiel in der Luft. Die reinigt dir dieser Ionisator auch. Zigarettenrauch, Staub, Milben oder auch Pollen. Wenn du merkst, oh, ich bin ein bisschen allergisch, scheinen Pollen in der Luft zu sein, in meiner Wohnung. Dann hier den Ionisator mit zuschalten. Das ist meine Ansage. Zu Hause anschalten und Ionisator reinigt Ihnen die Luft. Und vor allen Dingen haben Sie wirklich die brichtige Luft zu Hause. Die Lieferzeiten sind dafür jetzt schon fast ausgebucht, würde ich schon fast sagen. Wir können jetzt bestellen. Es kommt bald wieder eine neue Lieferung, aber die ist schon zu 80 Prozent wegbestellt. Das heißt, Sie müssen jetzt wirklich anrufen und bestellen, damit Sie noch die letzten Stückzahlen bekommen. Weil die letzte, die aktuelle Lieferung, Kati, die ist ja schon weg. Genau, und die waren direkt ausverkauft. Jetzt kommt die nächste Lieferung nächste Woche direkt. Und wenn Sie da noch ein Gerät aus dieser nächsten Lieferung haben wollen, dann jetzt wirklich direkt anrufen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Weil das ist so ein beliebtes Gerät, weil es halt so flexibel einsetzbar ist. Das muss man ganz klar sagen. Dann mit dieser natürlichen Kühlung hier. Dazu noch die Luftreinigungsfunktion. Und natürlich der tolle Ventilator, der hier auch einzeln genutzt werden kann. Das ist so clever einfach. Und für das Geld, da greift man schnell zu. Zusätzlich, ganz wichtig, muss ich hier noch den Energieverbrauch ansprechen. Der liegt hier nämlich nur bei 70 Watt. Also unglaublich gering. Also da ist ja, wenn du morgens, keine Ahnung, dein Kaffee kochst, verbraucht die Kaffeemaschine schon mehr Strom, als der, wenn du den laufen lässt. Das ist so eine tolle Sache hier. Also eine richtig tolle Sache. Und jetzt bitte zugreifen. Ab den 13.07. wird wieder ausgeliefert. Das heißt für Sie, meine lieben Zuschauer, die Bestellnummer schnell aufschreiben und notieren, das ist die NC 57 69 569. Die 0180, die müssen Sie anrufen. 51 51 3 mal die 2. Wir haben hier einen wunderbaren XXL Luftkühler mit so vielen Funktionen. Einen wunderbaren Ventilator, Rotation, dann wirklich die Luftkühlung, dann die Luftreinigung. Und einen Timer. Das heißt, Sie können sich das Ganze auch noch bequem per Zeitschaltruhr ausschalten lassen. Also optimaler geht es gar nicht. 180,41 Euro. Das war unser Thema des Tages. Und sehr viele tolle Produkte. Und ich hoffe, wir konnten Sie begeistern. Vielen Dank.